Der Stark Tower prägt die Skyline von Manhattan als A. hochmoderne technologische Forschungseinrichtung oder B. als riesiges Denkmal für das Ego des Besitzers. Ansichtssache. Hab ich euch schon mal von meiner Partyrüstung erzählt? Sieht aus wie ein Smoking. Für die etwas offizielleren Kämpfe. Schatz, ich bin zu Hause! Warum so ein unfreundlicher Empfang? Jarvis, ich bin's! Dein Boss! Alarm, Eindringling. Sicherheit aktiviert. Eindringlinge? Jarvis, Befehl zur Sicherheitsdeaktivierung. Tango Oscar Sierra 3963. Wir müssen unseren Weg reinkämpfen. Jemand muss sich in mein System gehackt haben. Das ist doch eigentlich mein Job bei anderen. Was zum... Na toll. Wenn Jarvis gehackt wurde, kann ich auch meinen Anzügen nicht mehr trauen. Allen? Sie sind alle mit dem Hauptrechner verbunden. Kann man diese Laser irgendwie ausschalten? Nein, nicht im Sperrmodus. Vielleicht kann ich aber ihre Buffer unterbrechen. Dafür brauche ich nur ein Interface-Terminal. Ja. Das ist doch nicht ganz von Nil von Bern. Alles klar, geht's. Nee. found'm in diesem Monfe. Ja. Hahn. Ja. Ja, Hahn. Ja. 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 Das war's für heute. Das hat schon mal geklappt. Wenn wir es richtig teilen, kommen wir daran vorbei. Das hat schon mal geklappt. Das war's für heute. 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 Nie könnt ihr meine Vision für die Menschheit erahnen. Jetzt werde ich eure eigenen Waffen gegen euch richten. Schnappt sie euch! Ist das die Hulkbuster-Rüstung? Ja. Und er kann dann alles, was halb kam? Ja. 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 cioè. Ja. 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 Hausparty Protokoll aktiviert. Die Strecke sind die Strecke. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.